Die Fleischerei Reisinger kann stolz auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit 1780 ist der Meisterbetrieb am Enser Hauptplatz in Familienbesitz und bis heute gehen die Reisingers ihrer Profession mit echter Begeisterung nach. Von regionalen Bauern beliefert, erzeugt das 10 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen Fleisch- und Wurstwaren von hervorragender Qualität. Dank eigener Schlachtung und Zerlegung kann der Weg der Ware genau nachverfolgt werden und gibt Ihnen die Sicherheit, nur das Beste zu kaufen. Schinken, Speck, Wurst oder kalte Platten, ob vom Schwein, Lamm oder Rind, Kalb oder Wild, hier können Sie beruhigt zugreifen. Der Name Reisinger steht seit über 200 Jahren für kompromisslose Qualität und vorbildliches Handwerk. Delikates Gulasch, Beuschel, Hirschragu oder kreative Knödelvariationen können Sie hier abholen oder sich sogar liefern lassen. Fleischerei Thomas Reisinger – eine Institution in Sachen Fleischgenuss.